Kurze Zeit nachdem NSM Records bereits FX, Murder by Illusion, in verschiedenen Cover-Motiven bei uns als Mediabook veröffentlicht hat, erscheint nun auch der zweite Teil, FX2, die tödliche Illusion, im Mediabook und das diesmal auch wieder mit drei verschiedenen Cover-Methoden, Cover-Versionen. Da beispielsweise das, was vor euch jetzt steht, ist das deutsche Kinoplakat, dann gibt es als Cover-B noch das Cover der Action-Kult-Anker-DVD und als Cover-C das der alten deutschen MGM-DVD. Limitierungen sind hier bei Cover A 444, bei Cover B 333 und dann bei Cover C 222. Ich habe mich aber absichtlich hier für das Mediabook mit der höchsten Limitierung entschieden, einfach, ich meine, ganz ehrlich, weil das Cover is freaking awesome. Und passt natürlich durch den gezeichneten Stil auch, finde ich, relativ gut zum Cover des ersten Teils, das ich mir da geholt habe. Nur im Spine natürlich passen diese beiden Mediabooks dann nicht wirklich zusammen, einfach, weil es sich doch um komplett unterschiedliche Cover handelt. Zumindest sind beide auf dieselbe Zahl limitiert. Dafür bekommen wir da, finde ich, wieder ein sehr, sehr schön gemachtes und sehr, sehr schön aufbereitetes Cover von NSM, das hier, ich meine, ganz ehrlich, was für ein creepy Blick ist das? Ich meine, ich glaube, hier unter unseren Zuschauern gibt es sicher den ein oder anderen, der ganz dezente Angst vor Clowns hat und der sich vor diesem Blick ein kleines bisschen gruseln könnte. Aber ich persönlich finde das noch wesentlich schlimmer. Das ist irgendwie, keine Ahnung, als würde man in Lance Hendricksons Charakter aus Alien dieses bekannte Ron Atkinson Mr. Bean Meme eingepflanzt haben. Keine Ahnung, das sieht wirklich, wirklich gruselig aus. Da auch quasi als Bedruck von der Blu-Ray auf der DVD eben das Cover Motiv B von der Action Kult Anker DVD. Hier, ich glaube, mehr oder weniger Cover C, aber da bin ich mir jetzt gar nicht einmal so sicher. Und drinnen dann natürlich das Booklet, wie gewohnt, von NSM mit Bildern, mit Text aufgeteilt. Dazwischen das, warum auch immer, das würde ich ganz gerne verstehen und gescheit in die Kamera kriegen, warum hier oben XXX steht, ist mir jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich bekannt. Und, keine Ahnung, ist das Bild aus einer anderen Version von dem Film, wenn ja, hoffentlich ist sie nicht drauf auf der Blu-Ray. Was auch immer das designtechnisch an. Ja, schau wie gruselig, boah. Ist aber auf jeden Fall ein wirklich cooles Mediabook und ein sehr, sehr geniales Cover Motiv. Das eben, muss ich auch noch einmal betonen, hier auf dem Mediabook echt gut ausschaut. Ja, schau wie gruselig, boah.